ja hallo liebe leute ich bin der putz von den fucking faces herzlich willkommen zum komplott der melodie und wir spielen beim rock am berg festival im juni darauf freuen wir uns natürlich schon sehr wir haben geprobt auf diesen tag hinweg weil wir haben uns auch zwischendurch ein bisschen gehen lassen im sinne von nicht spielen und nicht üben aber jetzt sind wir mit neuen bassisten wieder am start und wollen erst mal dort spielen und wie es dann weitergeht ob wir noch mehr konzerte machen das wissen wir noch nicht im moment aber wenn der spaß wieder da ist ich denke mal dann kommen auch die konzerte wieder von ganz allein und vor allem auch die lust dazu aber jetzt heißt es erstmal noch viel viel üben und weil unser neuer mann hat quasi in seinem leben noch nie so was in der hand gehabt der war immer playstation gitar sing star oder wie das heißt und ja kriegt das aber glaube ich bis dahin ganz gut auf die reihe auch ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017